Hallo und herzlich willkommen im Autohaus Kegelwitz, Sulfaxing und Drumau. Das Jahr neigt sich langsam den Ende zu und der Winter hält Einzug. Seit 1. November gilt in Österreich die Winterreifenpflicht, wie sie im allgemeinen Sprachgebrauch genannt wird. Warum das genau betrachtet nicht ganz stimmt, erfahren Sie in diesem Video. Vom 1. November bis 15. April gilt in Österreich für BKW, BKW mit leichten oder schweren Anhänger, Mopedauto und für Klein-LKW die witterungsabhängige Winterausrüstungspflicht. Was bedeutet das konkret? Bei winterlichen Fahrbedingungen, also Schneefahrbahn, Schneematsch oder Eis, müssen an allen Rädern Winterreifen angebracht sein. Beachten Sie also den Wetterbericht. Auf regennassen Straßen kann sich Glatteis bilden, wenn die Temperaturen sinken. Und dann gilt die Winterausrüstungspflicht. Winterreifen erkennen Sie an der Beschriftung M und S auf der Seitenwand des Reifens. Eine Kennzeichnung des Winterreifens ausschließlich mit einer Schneeflocke bzw. Schneekristallsymbol ist in Österreich nicht als Winterreifen-Kennzeichnung anerkannt. Haben Sie Sommerreifen am Auto, können Sie auch auf mindestens zwei Antriebsräder Schneeketten montieren. Aber Achtung, das ist nur erlaubt, wenn die Straße durchgängig oder fast durchgängig mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Eine echte Alternative zu Winterreifen ist das also in den wenigsten Fällen. Speikreifen dürfen vom 1. Oktober bis zum 31. Mai verwendet werden. Beachten Sie dabei aber die entsprechenden Tempolimits. Mit Speiks beträgt die Höchstgeschwindigkeit 80 kmh auf Freilandstraßen und 100 kmh auf der Autobahn. Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall, Winterreifen zu montieren, um auch in der kalten Jahreszeit sicher unterwegs zu sein. Wenn Sie noch Fragen zu diesem Thema haben, schreiben Sie uns einen Kommentar. Besuchen Sie uns auch gerne unter Autohaus Kegelwitz auf Facebook. Ich freue mich, Sie vielleicht im nächsten Video schon wieder zu sehen und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.